Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Heute machen wir mal wieder ein Bild-Video, denn ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt. In meiner Legacy-Challenge spiele ich nämlich bald, wenn mein jüngstes Mitglied der Familie erwachsen wird, also junge Erwachsene möchte ich nämlich nach Strangival ziehen, denn sie hat dieses Strangival-Merkmal da bekommen, also diesen Wunsch, dass sie das halt verenden möchte und ich habe dann mal auf Twitter gefragt, ob ihr dazu ein Let's Play sehen möchtet, weil das würde mir auch ein bisschen was wegnehmen an Idee, also halt, dass ich nicht jedes Mal irgendwie eine Idee brauche, was ich jetzt mache für ein Mittwoch-Video, weil ich dazwischendurch wirklich ein bisschen überplant bin, was ich überhaupt machen soll. Und dann, ja, kam mir das halt in den Sinn und bisher sieht die Umfrage sehr, sehr gut aus, deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir ein Strangival-Let's Play haben auf diesem Kanal, was dann halt immer mittwochs kommt, was halt so ähnlich vom Stil ist wie die 100-Baby-Challenge, also dass man nur das Wichtigste sieht und, ja, da wird es natürlich auch mehr um Story gehen und halt um diesen Strangival-Aspekt und so und, ja, genau, das, ja, deswegen renoviere ich gerade ein Starterhaus, für die süße Maus, weil die soll dann da hinziehen natürlich und, ja, ich habe mir schon überlegt, sie wird 25.000 bekommen, wenn sie auszieht von ihren Eltern und, ja, deswegen kostet das Grundstück, ding sie da, halt dann auch 25.000, damit das halt hinkommt mit dem Budget und so und, ja, also ich fand das halt ein bisschen trist und so, wie es halt vorher war und deswegen dachte ich so, okay, wir machen das jetzt einfach so, dass wir das ein bisschen freundlicher gestalten, also es geht gar nicht darum, jetzt unbedingt immer die krass besseren Sachen zu haben und dass es jetzt total krass aussieht, dieses Gebäude, deswegen habe ich auch gar nicht so viel verändert, deswegen habe ich da auch nicht so lange dran gesessen, es geht nur darum, dass es ein bisschen mehr zu ihr passt, also ein bisschen farbenfroher ist und sowas und, ja, dass es halt einfach trotzdem schön aussieht und, ja, halt einfach zu ihr passt und, ja, ich freue mich schon total drauf, wenn das dann startet, denn, ja, also ich habe euch dann viel zu erzählen und es wird wahrscheinlich viel daraus werden, würde ich aber haben und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann ankommen wird genau und, ja, also ich habe davor noch nie Stranger Will gespielt tatsächlich, also ich war ein, zwei Mal in dieser Welt und habe mich ein bisschen umgesehen, aber ich habe nie dieses Mysterium aufgedeckt oder so und das wollte ich jetzt ähnlicher machen und ich freue mich einfach total darauf, wie das dann wird und, ja, ich werde jetzt möglichst schnell halt dahin spielen, dass sie alt genug ist, damit wir dieses Les Ve starten können, weil ich bin sehr bereit dafür, ne, also den Geburtstag und so spiele ich dann noch privat und dann aber ab dem Punkt, wo sie auszieht, dann nehme ich euch mit und, ja, ich werde euch dann so viel erzählen müssen zu der Familie, weil die ist ja riesig und sie hat ziemlich viele Freunde und so, deswegen, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen, aber das wird schon, das wird schon, das wird schon und, ja, ich bin auf jeden Fall richtig ready dafür und ich hoffe, ihr seid das auch, also wie gesagt, bisher ist die Umfrage sehr eindeutig und ich finde es aber auch gut, dass Leute gesagt haben, nee, möchte ich gar nicht sehen, weil ich finde das sehr, sehr ehrlich, weil darum geht es ja auch, ne, also ich muss das nicht machen, wenn es keiner sehen will, also das wäre halt auch kein Problem, ne, das war halt nur so eine Idee und mich interessiert natürlich, ob ihr das dann wirklich sehen wollt oder nicht, weil es, sonst kann ich es auch lassen, ne, also ich kann das auch für mich privat spielen, so ist es nicht, aber wenn ihr das sehen wollt, dann kann ich es auch halt so spielen, weil es macht ja letztendlich nicht so viel Unterschied, weil wenn ich privat spiele, rede ich auch mit mir selbst, deswegen, ja, also für mich macht das halt wirklich keinen Unterschied, deswegen, ja, genau, kriegen wir das schon hin, ne, und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, es wird halt mal wieder ein bisschen was anderes, es wird frischen Wind in diesen Kanal bringen und so und, ähm, ja, genau, ich freue mich einfach so sehr, okay, also ich liebe das halt, also ich wollte ja schon länger mal wieder ein neues Display starten und so, aber ich habe eigentlich nicht so die Zeit dafür, aber ich dachte jetzt so, ich ziehe das jetzt einfach durch, weil wenn ich es wirklich zeitig nicht schaffe, noch so ein langes, großes Projekt halt aufzuziehen, dann fällt es halt mal eine Woche aus, es ist kein Problem, dann kann ich da immer noch was machen, was halt nicht so lange dauert in der Produktion, es ist halt kein Problem so, ne, also das ist schon alles gut, ich meine, an die Uni lief auch viel zu lange eigentlich, throwback dazu, aber, ähm, ja, das wird schon, also, wir kriegen das schon alles hin, so wie es sein soll und so und deswegen, ja, genau, ich hoffe, es geht euch gut und, ähm, ja, in vielleicht so zwei, drei Wochen spätestens soll sich das dann losgehen und, ja, es wird crazy, weil ich euch dann endlich zeigen kann, wie ich privat spiele und, ja, da können wir eigentlich mal ein bisschen Story-mäßig was, äh, wirklich am Abgehen haben, weil bisher in einer Baby-Challenge ist das halt einfach nicht so nötig, also ich meine, wir kriegen halt Babys und das war es dann halt auch von der Story hier, deswegen, das wird dann anders sein und darauf freue ich mich besonders und ich hoffe, ihr auch, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin und, tschüss!